So meine Freunde, ich habe heute gute Nachrichten für euch. Ich wurde eingeladen, um euch ein neues Pokémon Spiel vorzustellen. Und nein, ich meine damit nicht Sun und Moon, sondern ein Pokémon Fangame, das sich derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet. Pokémon Destiny. In den nächsten Tagen, Wochen oder auch Monaten werde ich dieses Spiel begleiten und euch Informationen zu dem Game vorstellen. Ich werde euch nun noch ein paar kleine Ausschnitte vom Spiel zeigen und wenn euch das Spiel interessiert, zeigt mir das auf jeden Fall bitte einen Kommentar und oder Daumen und bleibt dran. Vergesst auch nicht, die Twitterseite und diverse andere Weblinks zum Spiel, die sich in der Beschreibung befinden, auszuchecken. Wir sehen uns dann im nächsten Video und nun viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.